Wie du möchtest, wenn du jetzt hierher kommen willst, dann kannst du einfach angreifen. Wir machen Krieg, greifst an und danach haben wir wieder Frieden. Ja, dann bin ich doch mit Beryl im Krieg. Weil ihr glaube ich in einer Allianz seid, ne? Ja, aber das würde ich jetzt auch gerne aufgeben, weil mit der wir mal in eine Allianz kommen, ist auch krass. Das machen wir mal nicht. Wie wollen wir das denn hier machen? Ich überlege mir was. Ja, dann würde ich theoretisch auch einfach jetzt erstmal anbauen. Kannst du den Konto nicht abreißen? Einfach. Wenn du mir sagst, wie das geht, ich gucke mal aber. Ich glaube nicht. Aber mit dem Hammer vielleicht einfach. Warte, sind sie sicher, dass das Gebäude... ...unbesiedelte Insel. Ich konnte sie gerade abreißen. Cool. Du bist sicher, dass du sie nicht brauchst? Nee. Nee. Die ist näher an dir dran und ich habe ja auch schon eine eigene. Also, da kannst du wenigstens dein eigenes Zeug produzieren. Okay. Okay, vielen Dank. So schön. Brauchst du noch Stahl oder so? Ach, das hole ich und bringe ich mit. Ich könnte dir auch Kanonen hier lassen, weil die hat ganz viele Kanonen verloren. 17 Stück oder so. Ach. Nimm mit. Ich gehe jetzt in die neue Welt. Ach so. Dann lass es da, wie du willst. Bis du kommst, ist es weg. Muss dich beeilen dann. Sag das dem Wind. Das Schiff ist schon unterwegs. Willi heult gerade. Schau mal, so viel Zerstörung, das alles muss ja jemand wieder aufbauen, nicht wahr? Keine Sorge, ich nehme es dir nicht böse. Was für ein Typ, ey. Hammerhart, ich habe ihn gerade zerstört. Das ist mir doch egal. Ja. Eigentlich ja schon. Ah, ich fahre jetzt einfach alles, kraft dich doch eh keiner an. Ja. Ich fahre jetzt in die neue Welt zu dem Typen. Piratenbraut ist ja vernichtet. Ja. Zehn Schiffe und dann hoffe ich, ich kann den auch zerstören. Die baut sich langsam wieder auf. Glaublich. Ja, solange da keine Schiffe sind. Ja. Ziemlich verwüstet. Ach man, ich muss Bärbel noch Gleitschuss machen. Mist. Jetzt habe ich alle Schiffe rüber geschickt. Einen habe ich noch. Das ist der Vorteil, wenn man andere Schiffe produziert. Man hat immer genug Schiffe. Auch wenn sie extrem viel, äh, ihr Einfluss kosten, ne? Schiffe oder was? Ja. Ab einem gewissen Dings kostet ein Schiff acht Einfluss. Ab einer gewissen Anzahl von Schiffen. Echt? Ja. Aber es bringt doch eigentlich Einfluss. Ein Schiff? Ne. Ne? Mhm. Ein Konkurrent hat eine Siedlung erwichtet. Ja. Hat. Hat. Der Willi hat gebaut. Ey. Genau. Aber fahr da schnell hin und macht's platt. Der hat nur, der hat nur den Kontor. Ja. Meine Schiffe sind jetzt weg, sonst würde ich sie jetzt zurückrufen. Alter. Fahr da einfach hin mit... Ja, das Schiff ist ja schon unterwegs, Mann. Du hast jetzt zwei Fregatten hinten stehen und fährst nicht da hin mit denen. Alter, das Schiff ist... Also, einfach da, äh, Fregatten sind Linienschiffe, einfach da hin stehen und da parken. Die sind ja schon auf dem Weg. Ein Linienschiff. Ja, jetzt schon. Zwei. Ja, ich hab die anderen neuen hinterher geschickt, weil das Schiff einen Umweg nimmt. Glaub ich. Alter, deine Arbeitskraft. Hä? die waffen ruhe zwischen willi und der anne wurde beendet zwischen der piraten das heißt es gibt sie noch die kette denke ich mal wieder zurück aber solange sie als nicht hier oben dumpel bei uns ist alles gut und so einzelne schiffe kriegen auch wieder weg immer mal platt die zweite ich zum schluss abgeschickt habe die sind schneller da wie das eine was ich vorhin schon abgeschickt habe linie ist echt langsam und vor allem wenn sie so beladen hast beladen sind sie nicht ich habe das eine erst zum konto geschickt zum beladen so was braucht man dafür ich habe nicht genug stahl stahl und holz braucht man für ein condor glaube ich schon ich hätte ja was da gelassen aber ich dachte ich brauche nichts derzeit baut der willi da auf das muss ich verhindern ja unbedingt willi ich muss dir leider wieder einen krieg erklären ich kann den konto von ihm nicht angreifen es ist ein krieg aus mit dir willi ach ich weiß warum weil die siedlung ja da läuft eine zeit von 20 minuten ja genau noch unterstützt ist da mache ich mal wieder frieden ja bis es ist es wieder den kamen mit dem kann man so spielen mit dem typ der lässt viel mit sich machen ja ob es da mehrere welten gibt außer die zwei wie mein ja jetzt zwei welten ob es da mehrere welten gibt also noch mehr als nur die zwei was weiß ich nicht also hier ist eine krankheit ausgebrochen ja meine wahre ist angekommen ein schiff ist von der überwahrt zurückgekehrt das sind jetzt alle in der neuen welt also nicht alle im teil jetzt muss ich schnell auffangen bevor sie hingehen aber meine ich willkommen ganz woanders raus als seine ja voll komisch 20 minuten geht rum ich glaube du hast ein linien schiff vergessen das dümpelt vor meiner insel rum und macht überhaupt nichts oh ja das sollte zu einer mission muss aber in die alte welt erstmal die schiffe aufhalten sonst fahren sie weg das ist gerade ein bisschen viel hier so jetzt wieder in die alte welt die mission annehmen ich kann schon wieder die mission nicht annehmen das war das für eine meldung so ich brauche arbeit da arbeit da arbeit da wer will sich dem schiff um gleitschutz zu beginnen geht aber nicht echt jetzt ich kann die mission nicht annehmen das nervt ich habe jetzt 13.000 bilanz ich bin wieder runter auf 15.000 15.000 5.000 6.000 15.000 15.000 es ist runter das ist höher geworden so letzten anteil noch vom berg kaufen mein anteil oder was nein das so nee das waren das waren ihre anteile habt ihr doch gesagt ich kaufe deine anteile nicht weg egal ob da jetzt wenn er keine mehr sind da kaufen sie dir trotzdem nicht weg entspann dich berück dich so auch bei der anderen insel hat beryl jetzt keine eigenen anteile mehr nicht angriffspakt willi nein kannst du vergessen gleich in der neuen welt auch anteile von beryl das kannst du verjessen willi wipfelfiecher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ein schiff fehlt euer schiff hat gerade schon weg ne doch nicht was anderes das muss danach kommen warum stehst du da aufs schiff ich fahr jetzt zum piraten das lager bestand festlegen oh das schiff ist verseucht von dir ja ein schiff ein verseuchtes schiff ja kriegst du das weg ich meine du kannst da kein krankhaus drauf bauen ja das schiff muss dann warten ansonsten schleppst du die krankheiten mit auf die anderen inseln also wenn ich mit dem schiff jetzt zu dir einen hafen fahr könnte ich dir die krankheit bringen bitte nicht ja ist ja auch nur das linienschiff geil die beryl hat keine anteile von keiner insel hier oder was die arme wenn du zusehen möchtest greife ich jetzt den piraten typen an den auf der neuen welt echt wenn ich kann wenn es geht mache ich das jetzt oder habe ich keinen krieg mit dem ne das ist er gar nicht ne wenn ich gerade bin der ist an der rechten seite in der map doch dann bin ich bei dem leute ich ihm leute leute leute